Musik Mich begeistert der tägliche Wechsel. In den Erstgesprächen mit den Eltern und dem Kind sind wir sensibilisiert, auch zwischen den Zahlen zuzuhören. Wir sind empathisch. Nach der Versorgung der Notfallpatienten und Patientinnen ist für uns die Arbeit abgeschlossen. Dadurch können wir die Arbeit gut in der Klinik lassen und unseren Feierabend genießen. Wir sind familienfreundlich. Wir sind aktiv. 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 Untertitelung des ZDF, 2020